Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich euch sagen, was zu tun ist, wenn beim Versuchen, das Spiel in Steam zu starten, der Föller FAQ-System konnte die Spielsitzung nicht überprüfen, angezeigt wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Headman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplatten-Analyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnen mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wer sucht ständig nach Software von Drittanbietern in seinen Produkten? In letzter Zeit ist eine große Anzahl von Benutzern beim Starten von CES gehöre auf dem Fehler-Wagen-System konnte die Spielsitzung nicht überprüfen gestoßen. Diese Prüfung sucht nach in das Spiel geladenen Dateien, die keine digitale Signatur haben und blockiert sind. Bei normalen Konten kann ein solcher Fehler aufgrund falscher Systemeinstellung auftreten. Höchstwahrscheinlich kann die Anwendung einfach nicht auf die Dateien und Bibliotheken zugreifen. Die Verbindung wurde vom System zurückgesetzt oder blockiert. Schauen wir uns also an, was der Grund sein kann und wie man ihn löst. Versuchen Sie zunächst, sich von Ihrem Steam-Konto aufzumelden, Ihren Computer neu zu starten und Ihr Konto erneut einzugeben und das Spiel zu starten. Wenn dies nicht hilft, beenden Sie Steam und starten Sie es erneut. Aber starten Sie im Auftrag des Administrators. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung, um sie als Administrator auszuführen. Wir starten das System. Wenn Ihnen diese einfache Methoden nicht geholfen haben und der gleiche Fehler auf dem Wittschirm angezeigt wird, fahren Sie fort. Schließen Sie das System und lassen Sie Steam öffnen. Öffnen Sie das Dienstfenster und überprüfen Sie, ob der Steam-Client-Dienst ausgeführt wird. Wenn es nicht schadet, führen Sie es aus. Oder starten Sie Ihren Computer neu. Wenn der Client gestartet wird, sollte er automatisch gestartet werden. Wir starten den Computer neu, starten Steam als Administrator und prüfen, ob das Spiel funktioniert. Wenn es nicht hilft, löschen Sie den Programm-Cache. Öffnen Sie das System, gehen Sie zu Einstellungen-Downloads und klicken Sie hier. Löschen Sie den Download-Cache. Nach dieser Manipulation müssen Sie sich erneut anmelden. Wenn der Fehler weiterhin besteht, überprüfen Sie die Dateien auf integriert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Spiel ein. Öffnen Sie hier die Registerkarte Lokal-Dateien und klicken Sie auf die Schaltfläche Datei-Integrität treffen. Versuchen Sie danach, es auszuführen. Ein weiterer Grund könnte ein Virenschutz oder ein Virenfall sein. Versuchen Sie, sie für eine Weile zu deaktivieren und das Spiel zu starten. Wenn dies hiebt, fügen Sie den Steam-Ordner zu Ihren Antiviren-Ausschlüssen hinzu. Versuchen Sie auch den folgenden Befehl. Öffnen Sie das Fenster mit der Verknüpfung Ring-Plus-R und führen Sie es aus. c-programm-files x86-steam-bin-steamservice.exe-repair Wenn der Pfad zum Programm anders ist, klicken Sie Ihren Antiviren an. Ein weiterer Grund kann ein deaktivierter Debt sein, aufgrund derer die Bugs nicht identifizieren. Versuchen Sie folgendes. Öffnen Sie eine Eingabe-Aufforderung als Administrator und führen Sie den folgenden Befehl aus. bc-debit.exe-set-current-nx-optimum nachdem wir den Computer neu gestartet und den Start des Spiels überprüft haben. Wenn Ihr PC über mehrere Benutzerkonten verfügt, überprüfen Sie, ob Sie mit dem Administrator-Profil angemeldet sind. Wenn Sie als Benutzer angemeldet sind, kann mir diese Fälle auftreten, weil normale Benutzer möglicherweise nicht genügend Rechte haben. Überprüfen Sie Ihre Netzwerkeinstellen und starten Sie den Router neu. Und das ist alles. Ich hoffe, diese Anleitung hat Ihnen geholfen, diesen Fälle zu beheben. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.